Peace. Ich habe mir so ein kleines Kniestoß-Kick-Training für mich überlegt und um das anzureichern, habe ich mir gesagt, werde ich das Training so lange machen, bis ich 100 Klimmzüge gemacht habe. Das heißt, immer nur 10 Klimmzüge und statt dass ich dann praktisch eine Pause mache von, ich nehme mir jetzt mal einen 45 Sekunden-Timer, 45 Sekunden, werde ich den 45 Sekunden ausschließlich an so einem Schlagpolster aus, das kann man aber auch wunderbar in die Luft machen, Kniestöße und Kicks machen. Ist der Teil mal abgelaufen, mache ich wieder weiter Klimmzüge. Und das mache ich so lange, bis ich auf 100 Klimmzüge gekommen bin. Wenn ihr keine Möglichkeit habt, Klimmzüge zu machen, dann macht ihr einfach 200 Liegestützen. Also entweder die 100 Klimmzüge oder 200 Liegestützen. Ich habe hier auch keine Klimmzugstange, aber ich mache es nachher an einem Baum draußen, wo ich mein Großschlagpolster habe. Okay? Und los. Also entweder die 2, kommt drauf. Was 93. In diesem Sinne Peace, pain and sweat Bis bald